Anrufen? Telefonieren? Handy? Quatschen? Freundin anrufen? Die eigene Mutter am Telefon anlügen? Papiere ordnen? Telefonrechnung? Ganz viele Telefonrechnungen! Ausfallen sein am Telefon? Enkeltrick! Kai, immer noch Beruf! Korge! Der Begriff war Customer Service Agent. Kommunikationstalente und Zahlen-Djongleure aufgepasst! Starte jetzt deine Karriere bei Benuta, Europas führendem Teppich-Online-Handel. Unter jobs.benuta.com Wer deckt sich diese beknackten Begriffe für die Karten aus?